Hallö, schönen und guten Tag meine Freunde und alle anderen Zuschauer. Willkommen zu Dark Souls. Seit langer Zeit nochmal. Boah, das ist ja schon länger her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und keine Ahnung, ob ich mich hier noch zurecht finde. Aber ja. So, ich versuche es einfach mal durch einen Nebel. Ich habe mich ja letzte Folge so ein bisschen vorgedrückt. Aber Souls hilft ja nichts. Aber ja. Ich erwarte Üblis. Zumindest ah nicht Üblis. Das wäre immer schön, wenn ich positiv überrascht wäre. Überrascht werden würde. So heißt es. Oh. Aber die Uhr sollte ich... Äh, ja. Okay, okay. Warte. Ah, falsch. Okay, kann es weitergehen. Nur, dass ich es nicht vergesse. Ja, gehe ich halt mal. Es hilft ja alles nichts. Auch wenn ich sterbe und sterbe. Oh. Da ist ja wieder einer. Warum ist der da wieder? Ja. Hm, 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 hm. Was? Die sind ja auch schon wieder da. Verdammt mich. Hallo. Ja, komm mal her. Oh. Okay, der hat nur einen Schlag ausgehalten. Na, alles klar. Ah, ja. Zack. Und tschüss. Hier sonst war keiner mehr. Nee, nee, nee. Aber oben. Höre ich doch. Hunde. Oh, zwei Stück. War das zwei echt? Verdammt mich. Boah, ich hasse die Viecher irgendwie. Die sind so flott. Und ich bin so lahm. Ich mag ja allgemein keine Hunde. Ich bin ja Katzentyp. Nichts gegen Hunde. Jeden war seine. Aber, nee. Dich nicht beschreiten. Will ich das wirklich? Ich will es eigentlich nicht. Aber wo soll es sonst weitergehen? Okay. Was? Ziegengebern? What the? Ah. Ah, ich will hier raus. Äh, what? Ich geh mal hier hoch. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwas bringt. Nein. Wow. Autsch, Autsch, Autsch. Autsch. Oh nein. Nein, nein, nein. Uncool. Wow. Alter, ich seh rein gar nichts. Als ob der eine nicht genug wär. Muss man hier. Nein. Ach du Scheiße. Ah. Ich muss ganz dringend hier Eskosflash trinken. What the? Hat mich der noch erwischt? Ah, Ziekendämon. Alles klar. Ah, jetzt. Mal trinken. Boah. Oi, 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 oi. Der ist ganz schön flink. Ich trage mich gar nicht zuzuschlagen. Mann, er hat ja auch so wenig Platz zum Schlagen. Wow. Ja, alles klar. Alles klar. Trägt dich wieder ab. Nein. Scheiße. Keine Ausdauer mehr gehabt. Na, was? Ich hab doch abgesch... Alter. Okay, das ist eine ganz dumme Idee hier. Äh, ich komm hier nicht mehr. Okay. Oh, der Schlag ist ganz übel. Nein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, ah, ah. Nicht mit mir. Au, 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 au. Ich hab ihn. Uh. Beim ersten Versuch. First try. Yeah. Schlüsse zu den Tiefen. Nice. Nachdem die scheiß Hunde, die sind zwar nicht so stark, aber die nerven ja extrem bei so einem Kampf wegfahren, ging's ja einigermaßen. Könnte man den einigermaßen beherrschen, sag ich mal. Okay. Okay. Ja. Ja. Äh. Hier geht's aber nicht weiter. Echt mal. Ja. Mein freundlicher, äh, mein freundlicher Freund, äh, mein freundlicher Freund, wollte ich grad sagen. Ja, der Angelo. Ja, der gesagt. Es geht da unten. Äh, ich krieg mal ne Schlüssel. Für da unten. Jetzt lass mich los. Der hat mich zum Fressen gern. Oh, ich hab nur noch fünf Estusflacken. Soll ich die nochmal auffüllen? Brauch ich die im nächsten Gebiet? Ich hab keine Ahnung. Ja. Die Nachricht war eben noch nicht da. Brauchst Boss. Ja. Gut, der Hinweis. Schüsse zu den Tiefen. Äh, äh, äh. Ich glaub, ich geh nochmal zum Lagerfeuer. Oder ich kann ja mal kurz gucken, was hier unten lauert. Wenn's nicht schon zu spät ist. Dann könnte ja auch nochmal ein Leuchtfeuer sein. Wäre ganz nett. Aber wie tief geht's denn hier noch runter? Keine Ahnung. Ah, da läuft noch ein anderer Spieler rum. Oh. Oh. Aber diese sind ja kein Problem. Und tschüss. Unziefen. Nochmal ein neues Gebiet. Na, sehr schön. Ah. Und tschüss. Ist hier irgendwas Nettes? Laut keiner hinten? Nee. Gut. Ah, ist kaputt rollen. Ich roll ja in der Freizeit auch immer Kisten kaputt. Es geht ja so gut. Es tut ja gar nicht weh. Nö. Hä? Hä? Guck mal her. Seele Soldat. Nice. Kann ich immer gebrauchen. Äh, was ist... Was zum Teufel ist das denn für ein Vieh? Äh, 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 äh. Was ist das für ein Vieh? Ist das für ein Vieh? Wah. Scheiße. Jetzt hab ich, glaub ich, wütend gemacht. Jetzt hab ich nen Wütend gemacht. Ich glaube, das war ein Fehler. War höchstwahrscheinlich ein Fehler. Aber ich hatte Angst, dass dem hier irgendwann... Da unten läuft doch irgendwo. Oh. Hä? Achso, das ist wahrscheinlich nur der. Aha, ein Fleischer. Schön. Ach, komm her. Hier erwartet sich der Tod. Ah, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ist nicht so mit mir, Freundchen. Und noch mehr. Yeah. Ich liebe euch, Leute. Oh. Zack. Der Typ macht mir Angst. Was zum Teufel. Wow. Oh. Äh, ach du Scheiße. Wo ist der denn hin? Der Triebmesser. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei dem Kerl da. Oh, nein. Oh, ich bin doch ein Idiot. Falsche Taste. Ja. Ja. Ich habe ja... ...heil Tränke zu verschenken. Nein, er kommt. Verdammt. Verdammt mich. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, das ist der Boss hier. Ich muss erst mal... Och, das geht ja. Oh nein, das ist bestimmt übel. Ja, ja. Lusche, hast nicht mehr drauf. Ah, ha, ha, ha. Uah! Hui! Er überrascht er mich hier von hinten. Hat aber doch nicht ganz gekloppt. Blöd. Kommt mir da nicht durch. Ach, paar Wauwisch. Ich hab euch vermisst. Äh, ihr lebt ja noch. Aha. Ja, der hat sich hier mal schön ein bisschen... ...was gemacht. Da ist ne Truhe. Okay. Da machen wir sie mal. Was? Große Glut. Okay. Ähm. Lass mal grad was gucken. Äh, ne. Ich wollte ja gucken. Große Glut. Habe ich da schon mal gehabt. Habe ich da schon mal gehabt? Hm? Wo drunter ist denn das? Schlüssel? Zur Waffenveredlung. Erfreundliches Glut. Waffenveredlung? Das hätt ich grad gut an. Äh. 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 Da geh ich nicht runter. Ich bin doch nicht verrückt. Ich hätte doch irgendwo... ...doch ein Rumlaufen. Da bilde ich mir das jetzt nur ein. Ich hab doch eben deinen Rumlaufen gehört. Oh. Ja. So. Alter, bin ich langsam im Wasser. Alles klar. Alles klar. Was ist denn Scheiß? Ja. Penner. Scheiße, die Viecher. Ja, komm her. Was? Warum hab ich sie nicht erwischt? Ah. Blödes Vieh. Das Wasser ist hier äußerst uncool. Besonders, weil es immer so langsam wird. Alter, das ist doch nur Knie hoch. Okay. 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 Warum überlebt der immer noch einen Schlag? Das ist doch blöd. Oh. Der war jetzt aber schnell da. Alter, hab ich gar nicht... ... ... ... ... ... ... Alter, was ein Mist. Was ein Mist. Wo geht's denn hier hin? Noch überall. Was zum Teufel? Was ist das denn noch für ein Vieh? Ich hab schon wieder so einen... ... 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 Hey. Hey. Oh, tschüss. Boah, der gibt ja tausend Sack. Hä? Sack? Ach, wie ich immer das Falsche mache. Sack? Was ist denn Sack? Du Sack. Äh. Ach, Mann. Was ist denn das jetzt drunter? Hä? Oder ist das irgendwo weiter oben? Zack. Hab ich doch gekriegt. Ich neufzeh' ich nicht. Kann man da öffnen? Ja, da kann man öffnen. Und da geht's noch weiter. Nääää. Näääää. Näääää. Ach, nee. Lass mich mal. Hier lieber gucken. Auch wenn's ein Fehler sein könnte. Äh. Lagerraum. Hält ganz viel Kästen. Soll kaputt rollen. Ja, wer ist denn hier aus Stahl? Naja, wir haben Rüstung an. Da tut's vielleicht nicht ganz so weh. Die stelle ich mir aber trotzdem gar nicht schon morsch vor. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man ohne weiteres einfach so Kisten kaputt rollen könnte. Ich weiß nicht, ob ich das will. Nachher hintergehst du mich. Irgendwie ist man hier total misstrauisch. Ich sag's dir ja. Ah. Der ist ja lebendig noch. Der hat einen Dichter reingesteckt. So ein Fleischer Mann da. Ich hab irgendwie das Gefühl, hinter der Zeit könnte jemand von hinten kommen. Ich bin gleich durchgerollt. Dauert nur noch ein bisschen. Reden. Sonst? Ah, der hätte dich wirklich zerspeist sonst. Ach, komm. Danke. Ich hätte es nicht mehr so zufangen, ohne dich. Ich hätte es nicht mehr so zufangen. Ich habe es nicht mehr so zufangen. Danke. Danke, Daddy. Ich bin Lorenzius. Für den großen Sumpf. Ich bin nicht mehr so zufangen. Nicht zu danken. Bitte gerne. Sonst noch was? Naja. Der hat anscheinend nichts. Ich frag mich, ob das... Ich frag mich, ob das was gebracht hat. Ob der auch irgendwie zum Feuerschrein zurückgeht oder keine Ahnung. Blutfleck. Hä? Wo ist denn der verreckt? Hä? Oh. Ist ja gut, ist ja gut. Die Zeit ist langsam abgelaufen, Leute. Gehe ich da noch runter? Ach, nö. Das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Ja. Ein bisschen Spannung lassen für nächstes Mal. Hat ja ganz gut geklappt. Wir haben einen weiteren Boss besiegt. Und ein neues Gebiet erkundet. Ein bisschen. Ja. Also. Schreib mal in den Kommentaren, was ich wieder falsch gemacht hab. Oder übersehen hab. Wie immer. Ich bin halt kein Profispieler. Und ich kann mir auch nicht wirklich alles merken. Ich werd da so mit Tipps bombardiert, dass ich den Rest der Hälfte wieder vergesse. Nachdem ich's gelesen hab. Aber ich bin halt froh, wenn ich irgendwie weiterkomme. Und bin doch stolz, wenn ich nen Boss im ersten Versuch schaffe. Also, ich bin ganz glücklich jetzt gewesen. Naja dann. Wir sehen uns dann beim Mixmoor. Bis dann. Ciao.